Einiges war in diesem Jahr nicht möglich, aber vieles ist möglich geworden, wenn auch vielleicht ein bisschen anders. So zum Beispiel unser Kika Kino Festival. Ein Festival mit vielen Festivals aus Deutschland und qualitätsvollen Kinderfilmen. Und mit diesem Schwung sehen wir, dass wir gemeinsam viel erreichen können für den Kinderfilm und für das Kinderprogramm. Und so sollten wir auch optimistisch ins neue Jahr blicken. Ich wünsche allen einen schönen Advent und einen guten Jahreswechsel. Bleibt gesund und fröhlich. Untertitelung des ZDF, 2020